Ich war schon in Zahnbehandlung, natürlich, laufend, mit Brücken, Kronen, also ich habe alles durchgemacht, bin auch immer zu einem gleichen Zahnarzt gegangen und dieser Zahnarzt, den habe ich dann gebeten, mir einen Kostenvoranschlag zu machen und da kam dann eine astronomische Summe raus, wo ich ihn nur in die Augen geschaut habe und gemeint habe, das mache ich nicht, das kann ich mir gar nicht leisten und dann habe ich eben durch ein Telefonat bei der Interprime-Teaning und durch einen kurzen Informationsausstausch erfahren, dass es bei euch einfach mehr als 60 Prozent günstiger wäre, dieselbe Leistung und das hat natürlich zusätzlich motiviert und da waren die Überlegungen gar nicht lange, sondern ich habe mir einfach dann entschieden, das mache ich, das tue ich und ich bin froh heute, sehr, sehr froh.